Josef Stanisic ist seit dem Sommer an Bayer Leverkusen verliehen und jetzt äußerte er sich zu seiner Laie und sagte, dass er unzufrieden ist. Könnte deshalb der FC Bayern München irgendwie versuchen, ihren Spieler zurückzuholen? Zudem steht wohl ein Wettbeeten zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund vor, denn beide wollen das türkische Talent Ferdi Diuglu von Fenerbahce Istanbul. Wie läuft es da aktuell zwischen den beiden Klubs? Wer hat die Nase vorne? Und was ist das überhaupt für ein Spielertyp? Und als letztes kommen wir zu Jonathan Tarr, denn er wird jetzt tatsächlich aufgrund seiner Klausel im Vertrag mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht. Jetzt könnte ihn in die Premier League ziehen, dort wollte er schon immer spielen. Und als letztes Minithema, UNDAFs Entscheidung bezüglich des DFB ist gefallen. Alles dazu und mehr hier im Video. Vorab wie immer die Info, lass dein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf dem Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Aber damit kommen wir zurück zum ersten Thema und das soll Josef Stanisic sein. Josef Stanisic, er ist aktuell an Bayer Leverkusen verliehen und das ist eine Laie, die vor der Saison relativ sinnvoll erschienen hat. Mittlerweile wissen wir, die Bayern selbst, sie bereuen, dass sie den Spieler ausgeliehen haben. Denn jetzt suchen sie genau einen Spieler, der dem Profil von Stanisic entspricht, einem Spieler, der sowohl in der Innenverteidigung als auch in der Rechtsverteidigung spielen kann. Und da sind sie jetzt bereit, im Winter richtig Millionen auszugeben, obwohl sie ja eigentlich mit Stanisic einen Spieler in den eigenen Reihen haben, der aktuell aber nur zum Liga-Konkurrenten Leverkusen verliehen ist. Und für den 23-jährigen Kroaten, da läuft es aktuell dort auch nicht so richtig gut. Guckt mal mal in der Bundesliga, da kommt er unter Xabi Alonso tatsächlich nur auf fünf Einsätze und einmal, davon durfte er auch von Anfang an ran. Siebenmal blieb er komplett ohne Spielzeit, vor allem aber in der Europa League, da kommt der Kroate immer mal zu Einsatz. Da hat er schon vier Start-Life-Einsätze, die er zu Buche stehen hat und auch im Januar, da wird er mehr Spielzeit bekommen. Da wird unter anderem Kuzunu in der Innenverteidigung und Tabsova auch den Vereinen nicht zur Verfügung stehen, denn sie werden beim Afrika Cup antreten. Und genau deswegen hat Leverkusen bisher die Versuche der Bayern immer abgeblockt, denn sie haben es immer mal wieder versucht. Ja, könnten wir nicht den Spieler vielleicht vorzeitig im Winter zurückholen? Wir brauchen ihn hier eigentlich genauso wie ihr. Nein, sie wollen ihn nicht abgeben. Das war zumindest der jetzige Stand. Aber jetzt hat sich auch mal der Kroate selber zu Wort gemeldet und man hat es hier ganz deutlich gehört, zufrieden ist die Bayern-Leihgabe definitiv nicht. Er sagte, natürlich gibt es Tage, wo ich besser drauf bin und andere, wo es schlechter ist. Es könnte besser laufen für mich persönlich. Es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, es ist alles perfekt. Es ist also eine nicht so gute Situation für ihn in Leverkusen. Klar, er will sich da nicht ausgeben. Er will keine schlechte Stimmung in die Mannschaft bringen. Er will weiterspielen. Er möchte viel spielen. Er ist dorthin gewechselt, um viel Spielzeit zu bekommen. Und aktuell glaube ich, er hätte bei den Bayern tatsächlich richtig viel gespielt und nicht so wenig wie aktuell bei Leverkusen. Aber das ist natürlich eine Situation, das konnte er vorher nicht ahnen. Aber er ist unzufrieden bei seinem Leihklub. Er will zurück zum FC Bayern München. Könnte er jetzt tatsächlich hier irgendwie auf eine vorzeitige Rückkehr zu den Bayern drängen? Das gilt jetzt äußerst unwahrscheinlich. Denn der Vertrag besteht. Er hat sich auf diese Leih eingelassen. Es ist natürlich bitter, dass man jetzt hier so Abwehrprobleme bei den Bayern bekommen hat. Und klar, er würde auch viel Spielzeit zu bekommen. Die Bayern-Bosse sollen es auch versucht haben. Aber Leverkusen, sie lehnen das Ganze kategorisch ab. Und ich gehe auch stark davon aus, dass Josef Sanlisic so professionell ist, dass er die Laie ganz normal durchziehen wird. Gerade auch mit dem Ausblick, dass er mehr spielen wird. Er war jetzt auch, glaube ich, der Europa-League-Spieler des Spiels sogar geworden. Also vielleicht hat er sich hier auch einfach mal so langsam für mehr Spielzeit qualifiziert. So zumindest schätze ich dieses Thema ein. Eure Meinung dazu natürlich wie immer gerne in die Kommentare. Und damit kommen wir zum zweiten Thema. Und das ist ein Wettbieten zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Aber um welchen Spieler geht es denn hier? Ja, es ist, wie ich es am Anfang schon so ein bisschen angekündigt habe, ein Spieler von Fenerbahce Istanbul. Es ist Ferdi Diaglu. Er ist ein Abwehrtalent, was bei Fenerbahce Istanbul unter Vertrag steht, der sehr, sehr vielseitig einsetzbar ist. Seine Hauptposition ist tatsächlich die Rechtsverteidigung. Er kann aber auch als Linksverteidiger spielen und im Mittelfeld ist er auch einsetzbar. Es ist also ein richtiger Defensive Allrounder. Genauso ein Spieler, den eben auch der FC Bayern München sucht. Und wenn man sich jetzt mal seinen Marktwert und so weiter und so fort anschaut. Ja, da könnte man mal schauen. Er ist eigentlich ein Spieler, der relativ günstig zu haben wäre. Wie gesagt, 24 Jahre alt, Linksverteidiger mit 1,74. Das ist nicht der größte Marktwert von 17 Millionen Euro. Man spricht ja ungefähr von 20 Millionen Euro, die man ungefähr in Ablöse zahlen müsste. Zwar hat jetzt die Bild berichtet, ja, Istanbul, Fenerbahce Istanbul, die fordern jetzt erstmal ca. 30 Millionen Euro. Aber ungefähr 20 Millionen Euro soll sowohl die Summe sein, wo man dann wohl gesprächsbereit wäre. Wäre für den FC Bayern München schon ein bisschen viel Geld. Aber für Borussia Dortmund wäre das eine immense Summe, die sie hinlegen würden. Denn da haben wir schon zwei verschiedene Klubs. Hier muss man ganz klar sagen, die wirtschaftlich ganz anders aufgestellt sind. Der Spieler ist Kadioglu. Er ist kein Unbekannter, denn die Bayern, sie hatten wohl schon mal Interesse im vergangenen März. Da hat es die türkische Tageszeitung Tagfim damals berichtet. So richtig heiß wurde es nie. Es gibt auch noch mehr Klubs, die Interesse an ihm haben. Unter anderem aus der Premier League. Da gibt es Brighton, Hove Albion. Die hätten auch wohl Interesse daran. Aber auch der FC Bayern München und Borussia Dortmund. Aber wie sieht es denn aktuell aus? Tatsächlich ist die Spur zu beiden Klubs nicht besonders heiß. Es scheint so, als ob er nicht in die Bundesliga wechseln würde. Es kann da natürlich jetzt bis Januar nochmal so ein bisschen Fahrt reinkommen. Aber Stand jetzt ist da noch keiner so richtig krass in der Pole Position. Und wie gesagt, vielleicht ist es dann auch ein Wechsel ins Ausland. Also nicht nach Deutschland ins Ausland, sondern eben zum Beispiel in die Premier League. Das ist aktuell der Stand. Trotzdem wollte ich euch die Gerüchte hier nicht vorenthalten. Denn beide Klubs waren an ihm dran in den letzten Wochen. Da wurde es immer mal wieder als sehr, sehr heiß berichtet. Jetzt aber so ein bisschen kann man sagen, kann man hier so den Fuß vorm Gas nehmen. Das hat Sky nämlich berichtet. Beide Vereine sind grundsätzlich interessiert. Er könnte Fenerbahce auch verlassen. Aber es gibt natürlich noch andere Interessenten. Und es soll kein Klub so richtig in der Pole Position aktuell stehen. Und damit kommen wir nämlich auch schon zum nächsten Thema. Und das soll Jonathan Tarr sein. Denn er könnte jetzt den nächsten Karriere-Schrutt gehen. Und das würde bedeuten, er würde Bayer Leverkusen verlassen. Es deutet sich so langsam so ein kleiner Ausverkauf bei Leverkusen an. Muss man leider so traurig es ist auch sagen. Es scheint wirklich so, als ob viele Profis jetzt sich in dieser Saison empfehlen für eine höhere Aufgabe. Und dann möglicherweise den Klub verlassen. Es gilt wohl auch als offenes Geheimnis, dass Jonathan Tarr wohl sehr gerne mal in der Premier League spielen würde. Denn da hat er tatsächlich auch mal darüber gesprochen. Er hat gesagt, es ist die beste Liga der Welt. Es ist ein Niveau, auf dem man sich gerne messen möchte. Das ist sehr attraktiv für ihn. Und er hat eine sehr, sehr günstige Ausstiegsklausel in seinem Vertrag stehen. Denn Jonathan Tarr wäre tatsächlich im Sommer schon für 18 Millionen Euro zu haben. Das ist natürlich ziemlich wenig für einen Spieler mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro. Das ist aber noch Juni diesen Jahres. Mittlerweile hat der 1,95 große Innenverteidiger sich wirklich zu einem Stammspieler hervorgepuppt. Mit 27 Jahren ist er noch in einem richtig guten Fußballeralter. Er ist absolut in seiner Prime. Und jetzt hat eben auch die Sun berichtet, es gibt Klubs aus der Premier League, die richtig Interesse an ihm haben. Unter anderem Newcastle United, Manchester United und auch tatsächlich der FC Chelsea. Jetzt hat die BILD nämlich berichtet, dass die Blues ein Auge auf Jonathan Tarr geworfen haben. Sie sind in ihm ein Nachfolger von Thiago Silva. Und das würde irgendwie schon passen. Jonathan Tarr, absolut robust. Der würde in die Premier League schon ziemlich gut reinpassen. So, zumindest deute ich mal das Ganze hier. Und ich könnte mir einen Wechsel von Jonathan Tarr in die Premier League echt ziemlich gut vorstellen. Und dann kommen wir noch ganz kurz zu einem letzten Thema. Das soll Dennis Undav sein. Ich habe euch bereits auf meinem Zweitkanal darüber berichtet. Gerne da auch mal einen Follow da lassen. Der Name ist Joda Inside. Wer das noch nicht weiß. Und da geht es eben um Dennis Undav. Er hat gestern nach dem Pokalsieg seine Entscheidung verkündet. Er würde für die deutsche Nationalmannschaft antreten. Er hätte ja auch für die türkische Nationalmannschaft spielen können. Nein, er hat sich jetzt für Deutschland entschieden. Hat da im Interview ganz cool gesagt. Wofür hat er sich entschieden? Für Einigkeit, Recht und Freiheit. Also für die deutsche Nationalmannschaft. Und das, denke ich, wird auch maßgeblich mit Julian Nagelsmann zu tun haben. Denn er soll ja Gespräche mit ihm gesucht haben. Soll ein Telefonat gegeben haben. Und ich schätze mal, er hat das jetzt zwar nicht bestätigt. Aber dieses Telefonat, das wird ausschlaggebend gewesen sein. Ich freue mich sehr auf Undav in der deutschen Nationalmannschaft. Meiner Meinung nach aktuell der beste deutsche Stürmer. Wie steht ihr zu den ganzen Themen? Eure Meinung in die Kommentare. Bis dann, Leute. Ciao.